Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-it-yourself-Inspiration. Hallo. Hallo, mal wieder Eva und Kathi. Und mein liebes Einhorn haben wir hier. Dafür habe ich ja eine Abstimmung gemacht, wie das heißen soll. Ich werde euch doch sofort den Namen verraten, aber vorher gibt es noch eine kleine andere Überraschung. Unser Einhorn hat nämlich einen Freund bekommen. Eva war ein bisschen enttäuscht, dass sie kein Einhorn hatte. Da haben wir uns einfach überlegt, wir kaufen noch eins nach, damit wir jeder so eins haben. Und wie süß. Oh, die sind so putzig. Ja, wir haben dann einfach noch eins nachbestellt. Und die sind einfach fantastisch für dich. Unsere Haustiere jetzt. Unsere neuen Haustiere. Sehr fliegeleicht, sehr flauschig und total niedlich. So, jetzt lese ich mal vor, welche Namen bei mir wie viel Prozent bekommen haben. Es gab ja die Namen Candy, Melody, Fluffy, Rainbow Sparkle und Kava, also Kathi, Eva. Und auf Platz vier sozusagen. Also die beiden letzten haben genau gleich viel. Und zwar Melody und Fluffy sind bei mir auf dem nächsten Platz gelandet. Dann auf Platz drei war Kava. Auf Platz zwei Candy und auf Platz eins mit 48 Prozent Rainbow Sparkle. Deswegen wird mein Name jetzt Rainbow Sparkle heißen. Das ist ein Doppelname. Ja, genau. Und ich habe so süße Herzchen für uns vorbereitet, Eva. Wir können also gleich unseren Einhörnern so kleine Karten umhängen. Bei mir schreibe ich schon mal Rainbow Sparkle drauf und deins hat jetzt noch keinen Namen. Meins hat noch keinen Namen. Und ja, ich dachte, ich lasse auch einfach mal darüber abstimmen. Also wenn ihr noch weitere gute Ideen habt, schreibt das einfach alles unten in die Kommentare rein. Du hattest es so gemacht, die mit den meisten Daumen nach oben hattest du dann in die Liste genommen. Ich hatte dann einfach die Top-Kommentare mir angesehen und gesehen, wie viel... Ja, ich denke, hier machen wir es genauso. Also für das zweite Einhorn. Für Rainbow Sparkles Freundin oder Freund. Rainbow Sparkle war ein Mädchen. Dann sagen wir doch mal, das hier ist ein junger Mann. Okay. Vielleicht kriegen die dann irgendwann Einhorn-Kinder. Oh, hier kommen sie Einhorn-Babys, das wäre fantastisch. Also, wie soll der junge Mann heißen? Der Hengst. Also, wenn ihr einen coolen Namen habt, schreibt ihn unten rein. Und dann gibt es in ein paar Tagen die Abstimmung. Und mir hängt das Herz hier ein bisschen weiter runter. Ich habe das so ganz eng rumgehängt. Also nochmal vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt bei der Abstimmung. Hat echt viel Spaß gemacht. Ich bin immer begeistert von solchen Abstimmungen. Das ist total cool. Von so sinnvollen Abstimmungen. Von so sinnvollen Abstimmungen. Immer ein großer Spaß. Uns macht es sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß dabei. Und ich bin schon gespannt auf die Namen, die jetzt hier wieder ein Rainbow Sparkles Freund heißen könnte. Ihr guter Bekannte. Ja, noch kennen die sich ja nicht so lange. Noch kennen sie sich nicht so genau. Der Neue ist ja noch recht neu hier im Studio. Ja, genau. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat mit uns. Und dass ihr auch ein bisschen darüber lachen könnt. Und unseren Einhörnern. Wie wir. Wenn ja, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt fleißig in die Kommentare, wie die süße Einhörnern heißen könnte. Ja. Lasst uns viele gute Namen da. Und dann gibt es die Abstimmung. Ja. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und drückt auch auf die kleine Glocke. Dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss.